sehr viele bruderschaftsmitglieder das ist das hier die stelle ist eigentlich die stelle hier sind auf jeden fall noch ein paar vorkommen da gehe ich mal hin da geht es mal weiter also ganz ruhig ich höre dir zu du nimmst das auf du warst doch einverstanden dass das unter uns bleibt das dient alleine dem zweck der protokollierung unserer unterhaltung na klar du wirst das doch einsetzen damit ich entlassen werde ich bin auf deiner seite den teufel bist du ich bin auf deiner seite aber ich habe ich habe jedenfalls einen vorken ich habe so viele wie möglich von euch behalten zu einem Viertel des Lohns will ich habt einfach das gehalt gekürzt darf ich mal ausreden verdammt nochmal ich hätte sonst noch mehr leute entlassen müssen das konnte ich nicht wir sind hier alle eine familie ich gebe mein bestes das ist für keinen von uns einfach für diese verfluchten eierköpfe ist es einfacher das lebt es mir nicht mehr ich wäre diese ärsche am liebsten alle los aber ob es uns gefällt oder nicht mit ihrem glas werden unsere rechnungen gestalt ja was ist das meine rechnungen nicht was sollte ich deiner meinung nach tun willi was verdienen diese wissenschaftler ist das eine königin mobile was wenn es einen kleinen Unfall gäbe willi das meinst du nicht ernst vielleicht was ich sagen will was zum ein Beben wie dieses war nicht geplant was zum Teufel war das was ich weiß nicht was ehrlich Atemgeräte sofort ok irgendwas ist da wohl passiert wo kommen die denn alle her ja ich glaube die respawnen da einfach kann das sein hab ich da gerade irgendwie meinen Frauen stöhnen gehört oder da bilde ich mir hier jetzt schon was ein weiflicher Ghoul muss ich mal kurz abpusten so was haben wir denn hier das sieht doch so ähnlich aus also ähnlich wie eine zentrale aber ne nix da wäre auch noch schöner gewesen so grundsätzlich ist hier nicht viel ach guck mal das geht also das ist ja nett halt ne nix da mehr zwergachse bräuch braucht man irgendwas zu verwerten hä so mehr wie kommt der typ da runter wie kommt der typ da runter So, hier ist jetzt grundsätzlich alles abgefrühstückt. Ich gehe der Sache mal weiter auf den Grund. Das heißt, wir müssen jetzt hier lernen. Bin ich eigentlich noch... Ich bin immer noch hier unten. Das ist aber schon ein bisschen groß, ne? Krasse Mission, ey. Moin. Können wir alles mitnehmen. Hm. Hot Dog, guck mal. Der wollte die gerade noch essen. Da ist er jetzt zum Staub zu fallen. So ungefähr. Boah, wie sieht es denn aus? Ich, äh... Wir haben so viele... Was habe ich denn? Warum habe ich denn so viele Spitzhacken hier? Und Rohzangen? Das kommt mir sehr merkwürdig vor. Aber die jetzt rausschmaßen bringt jetzt auch nichts. Wir sind sowieso so voll. Hm. Leuchtendes Blut. Wo ist denn mein leuchtendes Fleisch? Ich glaube, das ist alles schon durch. Ich glaube, das ist hier. So, was gibt mir denn? Ich habe doch mal hergebrot. Lass mal auf. Äh, Blutpakete. So. Mit ein bisschen Bier dahinterherspülen. Alles klar. Okay. Irgendwie bin ich nicht da hingekommen. Wo ich beim letzten Mal war. Was? Tatsache. Ähm, achso. Das ist hier so eine Abbau-Dingin. Okay. Falls ich irgendeine Zweifel an unserer Arbeit haben, möchte ich, dass Dr. Hector die Ingenieur... Diese Generatur wird immer noch von einem Klumpen und dieses Übersitz angetrieben. Hm. Interessant. Und irgendeine Abbau-Box. Aber jetzt nichts. Was uns in der Story weiterbringt. Was ist das hier eigentlich? Huch, was hat die Ohren? Wo habe ich draufgedrückt? Hier war nur das. Ja, gut. Oh, da unten habe ich was vergessen. Ich hätte doch... Ich sollte doch mal ausmachen hier. Dann sehe ich mehr. Und jetzt bin ich einmal raus. Und schon ist hier wieder so ein Typ. Guck mal, das hier habe ich übersehen. Guck mal an. Da wäre ich jetzt dran vorbeigelaufen. Gut, dass ich nochmal zurück bin. Hä? 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 Oh, hier. Na, was denn jetzt? Nee, was? Ein klitzekleines bisschen. Genau. Jetzt. Aha. Äh. Ja, muss ich jetzt nicht aufsperren. Was gibt es denn hier? Ein bisschen Muni. Und das war's. Ja. Komisch. Na gut, da hätte ich jetzt auch nicht so viel verpasst. Boah, da geht's weiter. Ach, du Schande. Mann, du. Ganz schön weit hier. Ui, Level 62. Jetzt wird's aber ein bisschen heikler hier. Ähm, da haben wir... Hm. Was mache ich denn jetzt? Wie sieht's denn aus? Ich bin immer noch an der Stelle. Ich lasse die Musik gerade mal aus. Äh, die Musik. Das Licht. What? Das ist die andere. Da, hier bin ich. Ach, du Scheiße. Jo. Ach, wo muss ich denn hier alles... Wo muss ich denn hier alles öffnen, Leute? So, hier haben wir Lichter, um zu gucken, was hier so eine Sache ist. Irgendwo mal ein schicker Bauplan, oder was? Irgendwas Besonderes. Hm? Vielleicht mal... T60-Armor-Bauplan. Oder X01-Armor-Bauplan. Ablaufstelle D4 hat sich gelöst und ist hochgegangen. Schacht eingestürzt. Habt die meisten rausbekommen. Aber ich stecke fest. Osttunnel von Haupt D, glaub ich. Ungünstig. Spiel dir keine Rolle mehr. Ich komme hier nicht mehr raus. Hab gehört, Doc Sally meinte, die Chinesen hätten die Große abgebaut. Gott, wenn das stimmt. Ist am Verrecken, aber noch schnell ein Turmband aufnehmen, weil er irgendwo festhängt. Und legt das dann hier irgendwo hin. Ist klar. Bringt es zu meiner Frau. Wir hatten einen guten Augenschatz. Oder? Weißt du, ich erinnere mich noch an unser erstes Date in der Billiard-Halle. Keine Ahnung, wer gewonnen hat. Oder was immer. Oder geht es denn hier bei ihm? Aber an dich erinnere ich mich, wie es sich angefühlt hat, dich anzusehen. Hier haben Power Armor. Alter, das muss ich dir. So fühlt es sich immer noch an. Alter, was sind denn hier für Viecher? Wo kommt er denn her? Warum? Warum? Bleib doch mal weg. So, darf ich jetzt hier weiter gucken? Ey. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Spawn die hier auf einmal urplötzlich? Das kann doch nicht wahr sein. Die waren doch gerade eben, war hier kein Schwein. Das finde ich echt scheiße. So. Sagt es mal jemand. Was für Viecher hier? Geiler Geschützturm. Ja, nee, klar. Der taucht aus dem Nichts auf hier. Ist klar. Sonst noch was, ihr Spacken, ey. Spatelien. Spaten. Spallerladen. Mondo. Können die hier einfach liegen bleiben. Naja, aber wie gesagt, alles besser, als wenn jetzt irgendwelche übelen Viecher kommen. Ich hoffe, das bleibt uns erspart. Die Hoffnung ist gering, aber sie ist da. Und wenn ich hier schon rumliegen sehe. Sieht interessant aus. Okay. So, das war auf jeden Fall hier, wo ich war. Okay. Hier habe ich einige platt gemacht. Die dann urplötzlich wieder auftauchen. Obwohl sie schon tot waren. 10 Sekunden. Dann muss ich nochmal ran hier. Guck mal. Ja, nee. Ich war da ja gerade nicht drinnen, ne? Mir geht nicht die Muni aus hier. Das ist sehr schade. Ich bin ja dieses Gewehr vorzüglich. Wenn ich von dem doch mal irgendwie ein Special bekomme. Ein richtig geiles. Das hat mir sehr gute Durchschlagskraft. Momentan meine Lieblingswaffe hier. Na, kommt's. Oh, das gibt's doch nicht. Headbanger vom Dienst. Erreiche eine höhere Stufe. 49 sind wir schon. Cool. Weiß ich gar nicht, wann ich auch verstiegen bin. Hä? Also, ich mein, bin ich hier in Stufe 48 geworden. Okay. Und ich kann ja mal gucken. So. So langsam bin ich so voll, dass ich nicht mehr weiß, wohin mit meinen Sachen. 700. Ja. Guck, zwei Stufenaufstiege. Ich wusste es doch. Irgendwas nicht mitgekriegt. Ähm, dann gucken wir mal kurz. Wir hätten hier noch Agilität, Munitionsschmied. Da haben wir maximalen Rang, maximalen Rang. Gut. Vermeide 10% des Satelliten und Schadens. Hm. Mit Nachdruck. Entwischt. Ausweichend. Meistergerille. Verteidiger wäre vielleicht auch mal ganz gut. 20% weniger Aktionspunkte wäre auch ganz gut. Hüftgold. Haltendoppelt so lange. Ja. Weißer Ritter. Rüstung verschleißt. Langsamer. Ich bin mir gerade nicht sicher, was ich nehmen soll. Ich brauche auf jeden Fall hier. Der ist im maximalen Rang. Rüstmeister. Da brauchen wir aber noch sowas wie... Der Waffelschmied ist noch nicht gut genug. Nahkämpfer könnte auch gut... Powerflicker. Robotics-Experte. Meisterwissenschaftler stabilisiert. Oh, ich weiß es nicht. Waffenhandwerker. Das ist ja ordentlich ganz gut. Was haben wir hier noch? Automatische Gewehre. Achtung, Granate wäre natürlich auch gut. Frontschwein. Ich glaube, den Gewehr schützen. Den kann ich ruhig noch ein bisschen höher machen. Schau ich mal. Wo ist hier einer? So. Dann muss ich mal gucken, was... Kann ich jetzt hier mit dem Ding anfangen? Wo haben wir es? Na ja, 58. Ist jetzt wohl nicht der... Ist jetzt nicht so der Hammer. Okay, dann haben wir noch einen Stufenaufstieg. Ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendwas machen sollte. Wenn du keine Power-Rustung trägst. Was ist denn, wenn ich eine trage? Das wäre doch viel cooler. Widergänger. Geimpft. Da habe ich auch schon einen. Ne, komm, wir nehmen jetzt hier den. Den Rüstmeister haben wir maximal in Rang. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt hier... Äh, nochmal den Waffenexperten. Oder was hat man noch? Verringert das Gewicht aller Power-Rüstungsteile und Chassis um 25%. Ja, brauche ich gerade nicht. Powerflicker. Da habe ich auch schon einen im Besitz. Okay. Ach komm, ich nehme den hier. Fortgeschrittene Rüstungs-Mods. Ach so, jetzt muss ich die auch noch annehmen. Ja, das wäre vielleicht mal ganz praktisch. Wieso habe ich da den Powerflicker nicht? Powerflicker? Habe ich einfach nicht. Powerschild habe ich da jetzt. Ich habe den Rüstmeister, den Hacker, den Nachkampfkrieger. Dann kann ich den Hacker jetzt gerade mal wegpacken und dafür den Powerflicker einsetzen. Weil den Hacker, den brauche ich ja nur, wenn ich den brauche. Wenn ich gerade mal was hacken will. Gut. Aber ansonsten, den Nachkampfkrieger haben wir... Habe ich gerade nur auf 1? Ernsthaft? Okay, den könnte ich vielleicht mal ein bisschen aufrüsten. Weil ich meine, die Nachkampfwaffe nehme ich ja auch öfter. Scheiße. Ich habe doch gesagt, ich habe da keinen Bock drauf. Habe ich das nicht gesagt? Oh nein. Zuck mal. Oh, einer noch. Nicht? So. Das war ein bisschen lahm. Moin. Naja. Sekunde. So. Muss das sein, können die nicht einfach wieder ganz normale Viecher weiter rumhängen. Viel Ultrazit. Das ist auf jeden Fall gut. Wie lange geht das hier noch, ey? Kannst du nicht bringen, Mann. Huch. Wir nehmen mal. Was nehmen wir denn mal? Brauche ich was zu futtern? Was haben wir denn hier? Ja. So, da ist mir den Arsch geschossen. Okay. Gut. Noch ein Stahlbord. Noch ein bisschen Ultrazit. Klar. Auf einmal. Kommen die von hinten an. Äh, ist, 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 ist logisch. Verpisst euch doch mal. Boah. Ey, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch hier drinne bin, aber ich glaube, das Ding hier hält nicht mehr so lange. Bin mir da nicht so sicher. Jan, ey, Alter, das gibt's doch nicht. Borden. Das sind einfach Borden. Du kriegst kotzen. Ich geh jetzt. Das war's. Ja, so toll. Hab ich mal nirgendwo, hab ich hier nirgendwo was drin? Das gibt's ja nicht. Ach, du Scheiße. So toll ist die Waffe. So, verpisst euch mal. Ich geh mal weiter. Boah. Bitte, lass das jetzt endlich zu Ende sein. Das nimmt hier aber auch kein Ende, ne? Oh. 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 Ja, TH avez działa?!